Ein herzliches Hallo von mir an euch. Wir spielen wieder eine Runde Dead by Daylight. Ich sag mal so. Dritte Folge, in der ich alleine Dead by Daylight spiele. Dritte Folge, die Jägerin. Ich meine, es wird so weitergehen, befürchte ich, weil einfach die Jägerin im aktuellen Archiv dran ist, sozusagen. Und natürlich viele jetzt auch mit ihr spielen. So, Runde Nummer 3. Mit Anna. Ich würde jetzt ja sagen, lasst mal Wetten abschließen, welchen Killer wir in der nächsten Folge haben werden. Aber ich befürchte selbst, dass wir wahrscheinlich wieder auf eine Anna treffen werden. Das ist unglaublich. Sie ist aber gerade in der Jagd. Deshalb ziehe ich hier mal durch. Ich gehe übrigens davon aus, dass ihr, die ihr zuschaut, dass ihr Dead by Daylight kennt. Deswegen werde ich jetzt nicht so viel erklären. Ich spiele einfach meine Runden. Wenn ihr Fragen haben solltet, schreibt das gerne in die Kommentare. Dann kann ich das in der nächsten Aufnahmerunde gern für euch beantworten. Yeah. Oh. Oh, das ist jetzt böse für die Jägerin. Was? Oh nein. Ich weiß, wie man sich als Killer fühlt, wenn die Jens so schnell nacheinander angehen. Aber das Gute war, die Jens, die waren relativ gut verteilt auf der Map. Ich glaube, die sind da hinten. Okay, nicht heilen. Okay. Sarina, sie kommt. Ich gehe weg. Möchte nicht das nächste Opfer sein. Okay. Sarina beschäftigt sie. Das heißt, ich mache den Jen weiter. Okay. Okay. Ich befürchte, wir werden die nächste kommende Nacht bis Lallabay in unseren Träumen wieder treffen. Es tut mir auch sehr leid, dass ich euch keinen anderen Killer aktuell liefern kann. Ja, müssen wir jetzt durch. Ich glaube, das habe ich letzte Folge auch schon gesagt. Aber so ist es nun mal. Und der nächste Jen ist gleich an. Oh nein. Oh nein. Die Arme. Ich hoffe, sie hat nöt. Wirklich, die tut mir gerade sehr leid. Tut mir gerade wirklich leid. Das Problem ist, wenn sie jetzt nöt hat, kann ich ihr nicht mal einen Hit oder einen Haken schenken, weil dann sterben wir meine Nale noch. Und das möchte ich auch nicht verantworten. näher geht raus. Ich gehe kurz gucken. Ich wollte gerade sagen, ich gehe mal kurz gucken. Einen anderen Ausgang. Aber hier schien kein Nöt gewesen zu sein. Okay. Dann gehe ich jetzt doch auch raus. Die Arme. Es nützt ja nichts. Ich weiß nicht, ob das Matchmaking hier jetzt nicht hingehauen hat. oder was der Grund war. Wir gucken. Nein, okay, dann ist es jemand, der auch erst ganz frisch Huntress spielt. Wenn ich die Archivaufgaben auch machen möchte, wird mich das genauso treffen. Ich muss schauen. Ich habe auch die wenigsten Punkte. Ich war nicht in der Jagd. Ich habe niemanden gerettet. Ich war einfach nur Amgen. Oh Gott, das tut mir so leid für den Killer. Wir schauen einfach in der nächsten Runde, welcher Killer uns da erwartet. Vielleicht ist es mal jemand anderes und mal sehen, wie viele Punkte wir dann ergattern können. Es war jetzt nicht so punktreich, aber wir sehen uns wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart und bis ganz bald.